Musik 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 Einmal noch kurz, ihr seht oben rechts jetzt unter dem Einstellungszeichen die Map Oder ihr drückt Tab, dann habt ihr die Map und die gelben das sind eure, eure Aufträge. Okay ich bin jetzt mute. Musik 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 So jetzt könnt ihr euch muten. Ähm, ging es schnell. Ja. Ähm, wow, fuck ich weiß gar nicht wie die Karte wir spielen. Ich weiß nur was Cookie irgendwo rechts gelaufen hat. Richtig, richtig, richtig. Bei dir Henke, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Und ich bin links und runter, ich bin runter gelaufen dann, ich bin raus, aus dem Raum raus. Pink ist gerade an mir vorbeigelaufen aus der Leiche. Als die Lichter ausgegangen sind, kam bei mir das Report und Pink ist quasi von der Leiche weggelaufen. Okay. Mh, sehr verdächtig. Kann man jetzt auch beim Fuß hinken, wo die gefunden wurden. Ne, das kann man nicht sehen. Also ich kann nur sagen, ich habe Fifi gesehen, ich habe Cookie gesehen, ich habe Hanky gesehen. So, dann bin ich raus gelaufen, mehr habe ich nicht gesehen. Richtig. Mehr kann ich nicht sagen. Ich war in O2. Ja. Hab da den Müll raus gemacht, bin dann nach rechts, da ging die Lichter aus, wollte nach unten laufen. Da kam Fifi von oben, bin nach oben gegangen, da lag Cookie schon. Okay. Es ist halt schwer, weil es halt beide dort, ne? Richtig. Also laut dem, kann es jetzt Hanky sein oder Fifi irgendwie so nach der Logik. Eigentlich noch von beiden. Also ich habe nichts bekommen. Also ich bin jetzt also für skippen, weil wir können jetzt nicht 100% sagen, ob es Hanky ist oder ob es Fifi ist. Weil ich habe beide nur gesehen und bin raus gelaufen, meine Tasks machen. Ich skip. Ey, was sagt dein Fifi dazu? Ja, ich habe oben meine Wires-Task mit den Kabeln gemacht und dann wollte ich nach unten laufen und die Likes fixen. Klingt sehr erfunden. Ich habe sie in der Leiche gesehen. Wir können skippen, aber ich sage, ich darf das nicht in der Poster. Ich stehe aber auch auf der Leiche. 100% in der Poster. 100% in der Poster. Ich kann ja meine Cam nach links machen, ne? Weil ich glaube unser Dings ist eh jetzt voll. Also es kommt eh keiner rein. Also wir skippen, ja? Ich habe jetzt geskippt, ja. Ich habe auch geskippt. Weil es ist halt nicht 100% eindeutig, wer da was gemacht hat. Chef Strobl, wir bleiben jetzt bei Fifi. Wenn es, äh, wenn es schafft wird. Blime bei Fifi. Blime bei Fifi. Da sind wir am Mute. Und dann hat der Poster. Ja. Da sind wir gleich. Hmph. 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 Wo? Wo war der? Wer hat die Leiche gefunden? Ich hab sie gefunden, linke Seite, aber die war ziemlich am Anfang und bin einmal da vorbeigelaufen. Du bist vorbeigelaufen? Einmal das erste Mal vorbeigelaufen, bis ich dann gecheckt habe, wo das gleich ist. Ich brauche bitte einmal einen von meinen Mods. Es gibt eine Google, also es gibt eine richtige Map. Ah, dass du dich nochmal gucken kannst. Einer meiner Mods, mal bitte eine gute Karte raussuchen von dieser Map, die wir spielen. Ich hab schon mal eine. Also Quirk, du hast sie jetzt gefunden. War da jemand in der Nähe oder wann hast du sie überhaupt gefunden? Also es war ziemlich am Anfang, wo der Tod schon war. Ziemlich am Anfang und ich hab dann keinen mehr danach gesehen. Wie, du hast sie am Anfang gesehen, aber hast sie nicht reportet oder was? Peach spielt das Game zum ersten Mal, der ist es definitiv nicht. Da bin ich mir sicher. Oh. Also. Ja gut, aber war kurz kurz. Ich bin mir immer noch sicher, dass Fifi es ist. Oh, das ist krass. Ich bin es nicht. Ich war Electrical und dann bin ich abgelaufen. Aber er meinte, links wird die Leiche gefunden, also das wird wahrscheinlich bei Electrical gewesen sein. Wo hast sie denn gefunden? Wir haben gerade die Karte im Discord. Wir haben gerade die Karte im Discord. Ja, ich gucke gerade, aber ich meine Originalanzeigen. Jupp. Hallo. Ich hab sie bei Security gefunden. Da hast du sie gefunden. Äh, genau. Bin ich bis hier noch Fankysauce. Und, ähm, da muss ich aber kurz fragen, du sagst, du hast sie am Anfang gesehen, der erste, wenn ich reportet. Also. Weil ich, es gibt Ektar, was auf. Pass auf. Oxygen ist ausgegangen. Oxygen ist ausgegangen. Fifi war Admin an dem Gerät, hat den Code nicht eingegeben. Ich musste nach ihr hingehen, den Code eingeben. Ich hab den eingeben. Ich bin nach ihr hingegeben und hab den Code eingegeben. Ich hab den Code eingegeben. Henki, was hast du eigentlich so lange? Henki, was hast du so lange in der Lake Street gemacht, Alana? Drei Aufgaben. Ja. Einmal den Stromregler hochgeregt und dann gedownloadet. Und vorher halt sogar noch das Licht angemacht. Boah, das ist so schwer zu sagen gerade. Weil er, er ist an der Leiche vorbei gelaufen. Aber wir müssen, wir müssen langsam mal wen rausholen. Wir werden echt weniger. Ich leg meine Hand ins Feuer für Fifi. Wenn sie kein Impostor ist, kick mich nächste Runde. Ich bin zu heikel. Ich bin zu heikel. Ich skip. Ich skip. Meine Güte. Das ist ein Fehler. Wir sind alle tot. Wir sind verdammt. Das Ding ist... Wir haben hier halt noch zwei Impostor. Das macht mir keinen Sinn. Jetzt kommt ein Double Kill, dann sind wir nur noch vier. Okay, Mute. Ja. 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 Oh, okay. Also dringend Subtitle... Ja. Shit, Alter, ich weiß. Wo war die Leiche? Ich bin rechts oben. Ich bin rechts oben und ich bin gerade, nochmal kurz, also ich habe sie gerade gesehen und unten ist Phyrex gerade noch weggelaufen. Ich habe aber ihn auch in Camps gesehen. Ich war gerade mit Fakers, Rechtsnavigation, er hat seine Tasche gemacht. Ja, Nightstuck war auch, ja. Nightstuck ist nach unten gelaufen. Also ich war rechts oben bei Weapons und habe nach unten halb Phyrex weggelaufen sind und habe halt die Leiche da gesehen. Aber Hanky war auch da im Raum noch. Ja Hanky ist ja tot, den habe ich ja gerade gesehen. Ja, genau. Hanky ist hochgelaufen. Wo war der denn tot? Oben rechts bei Weapons. Ich war noch rechts. Ja und Nightstuck ist runtergelaufen. Ich habe in Navigation die Aufgabe gemacht und bin dann zur Storage Cloud gerannt. Ich bin Richtung Shields gelaufen. Und bei Chef kam niemand entgegen oder wie? Ich bin von Dings vom Emergency Meeting nach rechts gelaufen und habe dann die Leiche von Hanky gesehen und nach unten halb Phyrex ergelaufen sind. Da habe ich sie instant reportet. Also ich habe die ganze Zeit auf Camps eigentlich. Also ich habe unten Pete noch gesehen bei Communication glaube ich. Und du hast noch Phyrex gesehen oder was? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Phyrex als ich gerade eben gewotet habe, die Leiche gefunden habe, der war auch bei mir in der Nähe. Echt? Der hat doch diesen kleinen Mannequin daneben, ne? Deswegen ist mir das aufgefallen, dass der auch deinen wäre. Ja ich habe ihn nur gerade unten weglaufen sehen. Das war dann das Ding. Das war als ich gerade reportet habe. Also ich wäre jetzt für Phyrex. Also wir müssen auch jemanden rausvoten. Eigentlich müssen wir auch rausvoten. Ich möchte euch das nicht, darf ich kurz was sagen? Ja. Weil wenn zwei Imposter leben und ich jetzt sterbe als Crewmate, müssen die nur einen Double Kill machen um zu gewinnen. Also ihr könnt gerne mich voten, aber es wäre schlauer gleich zu skippen, aber ihr könnt nicht voten. Ja ist aber die Frage, wenn du jetzt halt auch Imposter bist, dann ist halt die Sache. Ja wenn ihr euch sicher seid, dass ich es angeblich bin, dann ruht lieber mich. Wisst ihr was ich auch noch sehr komisch finde? Ja. Henki hat die ganze Zeit Fifi beschuldigt. Ja. Jetzt ist Henki tot. Ja. Ja aber du hast mich doch gesehen, ich war in den Schäden. Das ist doch beobachtet. Ja aber Kapitalia ist ja rechts. Ich habe Fifi gesehen und ich habe nichts gehofft. Aber das könnte der zweite Imposter sein. Also ich schelfe noch jemanden, aber gut luck. Ich will doch sehen wir uns hier. Das war sie nicht. Ich will doch sicher. Ich will doch jeden Tag nach Bussi. Das war sie nicht. Ich will doch nur noch. Nein. Ich will doch da. GGs, Jungs, GGs. Wow, hab ich da ein bisschen gedribbelt, oder was? Wie jeden Chef hat euch ausgetanzt. Ich hab euch gewahnt. Alter, ich hab ein bisschen gedribbelt. Einmal kurz für die Neuen, gerade so gegen Ende, wenn ihr super wenig Leute noch seid, bleibt am besten gegroupt. So, lauft zusammen und macht die Aufgaben zusammen. Weil jetzt habt ihr euch alle gesplittet. Fifi hat ein Kill gemacht, Chef hat ein Kill gemacht. Und dann, niemand hat irgendwas gesehen. Zusammenbleiben. Ich muss nur sagen, Henki war richtig gut. Ich hab Fifi am Anfang einen Kill gemacht, der war richtig krisisch. Es ist immer so, der war richtig krisisch. Der war richtig krisisch, der Kill. Ich dachte, er hat mir das noch mal hochgelaufen. Ja, ja, das Ding ist, ich musste Fifi... Deswegen hab ich Fifi auch so rausgeredet. Ich wusste ja, dass mein Crewmitter gesagt hat, ey, Henki und sie, ich musste darauf einreden. Ich verstehe nicht, warum ich sterben musste. Bin ich ehrlich? Ich hab gar nichts getan in der Runde und Chef... Das war so perfekt falsch, dass ihr da unten vorbeigelaufen müsst, dass sich jemand gesehen hat. Aber jeder hat sie geglaubt. Ich hab nichts gemacht. An die 9. Ja, ja. An die 9. Ihr müsst wirklich alles hinterfragen. So, wenn Chef Fifi in den Schutz nimmt, müsst ihr fragen, warum macht er das? Ja. Wenn wir Beweise haben, dass Fifi das war und Chef sagt, ja, aber lass mal lieber skippen, da muss man alles doppelt und dreifach überdenken. Das ist wirklich alles hinterfragen.